Hallo und herzlich willkommen auf meinem Siku Kanal. Hier präsentiere ich euch die Neuheiten von Siku. Natürlich spreche ich auch über ältere Modelle. Ich zeige euch immer die Qualität, was für Funktionen die Modelle haben, spreche über den Preis und wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Abonniert mich, Glocke aktivieren, da verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Bis dann, Steffen.